Hallo, ich bin die Cornela, bin schon seit über 25 Jahren in der Spielbühne und wir beglücken euch jetzt mit einer Geschichte. Ja, und mein Name ist Mario Grünewald, ich bin Schauspieler und Regisseur und arbeite schon seit 2003 hier mit in der Spielbühne. Und jetzt zu unserer Geschichte. Was man beim Besuch des Weihnachtsgottesdienstes wissen sollte. Ratschläge für Seltengänger. Am Heiligen Abend wird der ein oder andere in die Kirche gehen wollen. Und es wird für die meisten von uns das einzige Mal in diesem Jahr sein, dass sie ein Gotteshaus betreten. Einige hilfreiche Hinweise mögen deshalb nicht schaden. Seltengänger tun zunächst einmal gut daran, sich vor dem Kirchgang die passende Bekleidung herauszusuchen. Denn Damen sei geraten, weder zu kurz noch schulterfrei zu tragen, warm aber unauffällig scheint angemessen. Seltengänger beiderlei Geschlechtes sollten sich sinnvollerweise vor dem Kirchgang mittels einer kleinen Mahlzeit eine gewisse Grundlage verschaffen, da Kirchen in der Regel keine Restaurationsbetriebe sind und auch kleinere Imbisse nicht gereicht werden. Selbst Süßigkeiten, Eiscreme oder Mangerie stehen nicht zur Disposition. Auch der Verzehr mitgebrachten Knabberwerkes ist in Kirchen eher unerwünscht. So gestärkt macht sich der Seltengänger auf den Weg. Er erkennt sein Ziel vor allem daran, dass statt des üblichen Reklamebeschriftungen ein bis zwei weit sichtbare Türme Attraktion signalisieren. Wir schreiten nun durch das Eingangsportal und sind zunächst überrascht von der ungeheuren Höhe des Raumes. Dies hat freilich nichts zu besagen, denn dort oben spielt sich auch im weiteren Verlauf des Abends leider nichts ab. Der irritiert, schweifende Blick des Seltengängers wird nun vergeblich nach einer Platzanweiserin suchen, zumal der Besuch der Veranstaltung kostenlos ist und also Eintritts- und Platzkarten nicht ausgegeben werden. Man wird sich demnach, ohne freilich zu rennen oder zu schubsen, einen Platz auf einer der aufgestellten Bänke zu erobern haben. Nun wird entgegen der Erwartung des Seltengängers weder das Licht verlöschen noch die Werbung beginnen. Vielmehr erheben sich die Versammelten zur Begrüßung eines Mannes, der immer im Vordergrund des Raumes die weitere Gestaltung des Abends übernehmen wird. Im Falle von zu absolvierenden Gebeten empfiehlt sich dem Seltengänger ein gesenkter Blick und das Verschränken der Finger. Und zwar verschränkt man seine Finger nicht in die Nebenstehenden, sondern in die eigenen. Eine kleine Hilfestellung in fehlerfreier Haltung betet der Seltengänger, wenn er bei diesem Ritual seine Hände etwa so hält, als ob er seinen Wellensittich erwürgen würde. Im weiteren Verlauf des Abends wird der Solist im Vordergrund einen erhöhten Platz erklimmen, um von dort aus eine Rede zu halten. Da darf nun am heutigen Abend mit der Weihnachtsgeschichte gerechnet werden. Hier scheint ein kleiner Hinweis für Seltengänger angebracht. Bei dem Kind, das in diesem Zusammenhang Erwähnung finden wird, handelt es sich um die gleiche Person, die im Vordergrund des Raumes unschwer als ein ans Kreuz genagelter Herr erkennbar ist. Dies nur, damit Sie auch das Ende der ganzen Geschichte kennen, von dem aber heute Abend freilich nicht die Rede sein wird. Der Mann auf der Kanzel wird im Übrigen einige mehr oder weniger temperamentvolle Appelle an das allgemeine Wohlverhalten der Anwesenden richten. Solche rhetorischen Höhepunkte sollen schweigend zur Kenntnis genommen und nicht mit Ausrufen wie Bravo der Mann, weiter so oder hört, hört, kommentiert werden. Von Applaus oder gar Pfiffen ist generell abzuraten. Prinzipiell gilt, der Selten verhält sich wie der Ständiggänger eher passiv, unabhängig von der Dauer der Festrede. Auch musikalische Zuspielungen sollen keinesfalls mit Rufen wie Give it to me oder lauter gestört werden, da es sich hierbei um Livemusik handelt, welche an der Rückwand des Raumes auf einem ungewöhnlich umfangreichen Instrument namens Orgel hergestellt wird. Zwischendurch soll weder geraucht noch gar frühzeitig gegangen werden. Gegen Ende der Veranstaltung bekommen Sie von Ihrem Nachbarn einen Beutel voller Geld überreicht. Überschwänglicher Dank ist unangebracht. Sie sollen lediglich ihrerseits Geld in diesen Beutel hinein auf jeden Fall nicht aus ihm heraustun und das Gerät schweigend weitergeben. Auch beim letzten gemeinsamen Aufstehen wird dann nicht die Nationalhymne zu Gehör gebracht, sondern ein kleines Abschiedslied geistlicher Natur intoniert, an dessen Ende Sie sich gemessenen Schrittes aus der Kirche zu entfernen haben. Der Rest des Heiligen Abends schließlich ist dem Seltengänger wieder zur freien Gestaltung überlassen, wobei ihm das eben erfahrene Richtschnur sein mag oder auch er nicht. Amen. In diesem Sinne wünschen wir allen Menschen eine frohe und gesegnete Adventszeit und Weihnachtszeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.